Noch erf... Ah, das haben wir schon. Das hier wollte ich euch noch zeigen. Da müssen wir hoch. Das ist ja so... Einfach mal so ein Scanner. Das, was jetzt hier so markiert ist. Ja, ja. Ja, ja. Dankeschön. Ähm... Also, nochmal. Also das, was jetzt hier so leuchtet, sind alles Dinge, die ich zerschnetzeln könnte. So, nebenbei. Wenn ich jetzt hier so laufe, kann ich... Also, wenn ich das anhabe, kann ich nicht das machen. Also angreifen. Und auch kein Ninja ran machen. Ich muss einfach... Ich kann das nur in normaler Bewegung aktiv haben. Ich kann damit nicht fighten. Oder mich schnell bewegen. So. Da oben befindet sich noch eine Truhe. Wir kommen schon da hin. Achso. Boah, ich muss das ausmachen. So. Hier befindet sich eine Truhe. Die will ich haben. So. Eine Truhe. Okay, nochmal eine Reparaturzelle. So, selbst Reparatur. Maximal können wir fünf Stück von... Ähm, fünf Stück davon stacken. Dann hört das auf. Ich hab die am Anfang noch nicht verwendet. Ähm. Ja, zwei Stück haben wir jetzt. Gut. So. Der Gegner steht jetzt so mit dem Brücken zu uns. Der Gegner ist in der hohen Korridor, ich sehe. Versuch, sie flanken. Oder nach vorne. So, also ich bevorzuge, wenn ich solche Gegner sehe, die so stehen, bevorzuge ich das hier. Ähm. Pam. Und her damit. Booyah. Ha. Und das mag ich schon mal so. Das ist Booyah von dem. Steck mal die Waffe weg. So, dankeschön. Okay. Metal Gear Manier. Entweder schleichen wir uns durch oder machen wir alles platt. So ungefähr können wir jetzt, denke ich, nur machen. Weil sobald wir jetzt aufgedeckt werden, das... Take that main thoroughfare. Okay. You can use Augment Mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Ha. Some civilians are still in the city. That is not good. So. Also. Zur kurzen Erläuterung. Sobald mich hier einer sieht, ist Alarm ausgelöst und alle sind auf der Suche nach mir. Jetzt momentan ist kein Alarm ausgelöst. Und ich kann mich hier momentan frei bewegen, bis mich halt jemand sieht. Und dann eine Granate halten. So. Entweder, wie gesagt, schleiche ich mich jetzt hier durch. Oder ich jetzt auch... Was machst du hier? Diese Umgebung ist auf den Grenzen. Was? Nein, ich mache nichts. Können wir ihn einfach töten? Das wird es einfacher. Sie haben sie schon gesagt, dass wir sie alle weggezogen haben. So, Selbstdefense, oder? Nein, bitte. Ich habe Familie. Oh. Arschkarte. Ah, shit. Ich bin aber noch nicht gesehen worden. Wundert mich. Gehen wir mal hier rein. So, was haben wir hier? Noch eine Granate. Sehr schön. Gut. Also bisher sind wir noch nicht gesehen worden. Beim ersten Mal habe ich mich nicht so talentiert angestellt. Da wurde ich sofort entdeckt. So. Wenn ich mir entgegen, shit. Weil er dreht um. Okay. Ich muss ja da hin So Okay Ich hab's schon mal relativ weit geschafft ohne entdeckt zu werden Wie gesagt So weit hab ich's beim ersten Mal noch nicht geschafft gehabt Oder sofort entdeckt Aber hier sieht's glaube ich so aus Als könnte ich mich gar nicht verstecken Weil's ja in dem Fall eine offene Fläche ist Nope Och nö Ach nein Och jetzt Ich muss erst die kleinen Fücher loswerden Äh Shit ich treff den Punkt nicht Doch hab ich Ja ich könnte auch manuell schneiden Indem ich den Ähm Ich wollte grad blocken Den Analogstick betätige Och man Komm her Ach gut ich hab ihn gerade vom Angriff abgehalten Ich will aber den erstmal loswerden Och Was ist halt den da Shit Ich hab so Probleme mit dem Fischern manchmal Na komm her Ich krieg's nicht Doch da Ich hab's So Ich kann's euch gleich mal zeigen Wenn ich dazu komme Weil das manuelle Ich kann mich jetzt so entsch- Gib's nicht mehr Jetzt hab ich's Ähm ja Das manuelle Da zieh ich mit dem Analogstick einfach nur Versus den Winkel nach Den ich halt Schneiden möchte Das tut es nämlich Sorgt dafür Dass ich das halt variieren kann Aber letzten Endes Ist das jetzt nicht so Nötig Unbedingt So Damit grad das nächste Vieh Dem ich eigentlich Gerne aus dem Weg gehen würde Ein bisschen Rocket Launcher. Shit. Ach, nö. Als Sniper... Sniper wollte ich schon sagen. Ach. Ach, zwei auch noch. Ja. Ich muss ja erstmal hier aus der Gegend rausgehen. Damit diese Raketenwerfer-Fuzzis mich nicht mehr bedienen. Genau das meine ich. Ach, da kommt nach, deine... Fuzzi! Ach, komm her. Ich brauch deine Tiki-Einheit. Gibt's nicht. Ich treff's nicht. Boah. Kann echt nicht wahr sein, dass ich das nicht getroffen habe. Boah, ich wollte gerade abwehren. Aber wenn ich mit einem Angriffsmove bin, geht das schwer. Ich glaub, die waren... Och, sag mal. Nein. Och, Mann. Ich wollte auf denen erst mal zurennen. Ich hasse die kleinen Soldaten. Ja, damit. Aber die geben halt schön Energie. Aber wenn da so fette Viecher dabei sind, hasse ich diese Soldaten, weil... Die stehen mir relativ oft im Weg. Ich glaub, ihr seid ganz schön anfällig gegen Sprungangriffe. Glaube ich. Äh, ich krieg ihn nicht. Jetzt hab ich ihn. Naja, egal. Ach, was? Du willst noch? Naja, egal. Ich komm mich erst mal um den. Äh, falsche Tasten. Ich wollte eigentlich... Doch. Mann. Weil das jetzt anfällig ging. Nein. Äh, äh, äh. Ah. So. Jetzt komm her. Hier ist Bein weg. Hier ist noch was weg. Hier ist alles weg. Tschüss. Tschüss. Gut, dass du mir Bescheid gibst. Geh mal her. Gut, dass du mir Bescheid gibst, dass du da warst. Dankeschön. So. Hopp. Dann gehen wir jetzt mal hier in die Tür. Scheiße, Mistviecher. Oh, Achtung. Aktion. Okay. Knöpfchen drücke. Das krieg ich ja noch hin. Oh, was haben wir hier? Gehen wir erst mal hier dran. So. Folgendmission. Nummer 1. Na ja. Brauchen wir jetzt nicht gucken. So. Haben wir hier noch was? Stimmt. Da draußen ist noch eine Truhe. Da komm ich nicht mehr hin. Schade. So. Gut. Oh, was haben wir hier? Kann man kaputt machen? Ja. Kann man kaputt machen. Uh. Oh. Untertitelung. BR 2018 Und du bist? Ich bin IF Prototyp LQ-84I. IF Prototyp. Interface Prototyp. All Autonomous UGs feature high-level onboard Artificial Intelligence. An additional Prototyping database enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then. What's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. That's it? Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Na komm her, Doggy Dog. Jetzt wirst du erst mal kastriert. Na? Na, komm her. Erst mal schön kastrieren, ne? Wo bist du? Da bist du. Nix da. Hier. Deine Kastration wartet. Autsch. Ah. Bah. So. Ah. Ich war noch beim... Combination complete? Ja. Hm? Oh. Kriegst du jetzt paar Cyborgs? Na komm her. Kommt her, ihr Klein. Und tschüss. So. Danke für die Heilung. Das ist schon mal sehr nett von euch. Ich dachte, danke für die Heilung. Dann bleibt's auch dabei. Du greifst mich jetzt an, oder was, hier? Das war's mit dir. Und tschüss. Na, kommst du jetzt, Doggy? Ich wollte schon noch kastrieren. Hüpp. Zack. Komm her, du. Oh, jetzt ist ja mal so wie ein Hündchen. Da. Ich hab den hier dran auszusehen angemacht. Ich werde nicht sterben. Naja. Nix da. Ich werd nicht sterben. Nicht bei dir, Hündchen. Nix da. Zack. Was? Wie hab ich die Combo gerade gemacht? Holst du jetzt schon wieder Verstärkung? Schon wieder? Ja. Okay. Warum die Viecher schon wieder? Ich hasse an dich. Ich sollte aufhören, diese Grätsche zu machen. Ja. Ich wusste es doch. Die sind anfällig gegen Sprungattacken. Na, komm her. Okay. Äh. Ich... Falsche Taste. Nein, falsche Taste. Genau deswegen. Ich wollte... Okay. So kann man es auch machen. Ich hab nämlich grad die Aktionstaste gesehen. Aber ich brauch jetzt hier ganz dringend eine Einstellung. Und zwar... Rüsten wir das jetzt mal aus. Das wollte ich eigentlich mir erstmal aufsparen, bis ich das aufruste. Nein, komm her. Oh, was haben wir hier? Eine Nährstoff... Da. Eine Nährstoffzelle gekriegt. Au, 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 au. Und da aktiviert sie sich. Warum sag ich eigentlich Nährstoffzelle? Ähm, Reparatur... Ach, keine Ahnung. Ich hab mir den Namen nicht gemerkt. Tut mir leid. Eine Selbstreparatur haben wir grad eingesackt. So. Na, komm her. So. Blöder Köter. Hä? Nein. Boah. Boah. Was hast du da complete hier? Du bist gleich im... Eimer, du Mistding. Kastrieren, hä? So. Schön kastrieren. So. Ich wollte ihn kastrieren. Hmm. Continue. Direktive. Liberate. Nation. Ensure freedom. Obey. Direktive. Must obey. Direktive. No. Freedom. Freedom. On. Devoin. What would an AI know about freedom? Oh.